Der Bulletproof Karabiner von Edelried ist ein Hybridkarabiner, der die Leichtigkeit eines Aluminiumkarabiners mit der Robustheit eines Stahlkarabiners vereint. Der Vorteil von Stahlkarabinen ist ihre Robustheit und Langlebigkeit. Der Nachteil liegt jedoch in ihrem großen Gewicht. Deswegen werden sie außer in Kletterhallen in der Regel beim Sportklettern nicht eingesetzt. Beim Sportklettern benutzt man meistens Expressschlingen mit Aluminiumkarabinern. Aluminiumkarabiner sind leichter als Stahlkarabiner, der Nachteil hier ist jedoch die geringe Abtriebsfestigkeit. Bei Expressschlingen mit Aluminiumkarabinern tritt der Abrieb an zwei Stellen auf. Einerseits oben, wo der Karabiner im Bohrhaken hängt und andererseits unten, wo das Seil über den Karabiner läuft. Gerade die Stelle unten ist wesentlich kritischer, da hier scharfe Kanten entstehen können, die das Seil teilweise stark beschädigen können. Der Bulletproof Karabiner vereint die Vorteile eines Aluminiumkarabiners mit den Vorteilen eines Stahlkarabiners. Grundsätzlich ist es ein Aluminiumkarabiner, der an den abriebsempfindlichen Stellen durch Stahl verstärkt ist. Dadurch ist es uns gelungen, einen leichten und abriebsfesten Karabiner zu entwickeln, der langlebiger und sicherer ist und sich damit perfekt fürs Sportklettern eignet. Der Bulletproof Karabiner ist einzeln in gebogener und gerader Schnapper-Variante erhältlich, sowie in einem Express-Set in 12 und 18 cm Länge.